So ihr Leute, ich habe gehört, dass hier illegale Drogen konsumiert werden. Also dreht mal eure Technoboxen leiser und sperrt die Lausche auf. Geiler Stoff, Brudi. Du siehst, wird richtig geiler Stoff. Zieht euch das rein, Leute. Aber nicht durch die Nase schon wieder. Ihr wolltet es nicht anders. 30 Tage lang habe ich meinen Hass gegen euch trainiert, weil ihr Schweine mich sperren musstet. Und zum Dank dafür sämple ich jetzt so Drumming and Bass Beats und euch will die Polizei bloß im Knast sehen. Weil ihr illegale Drogen konsumiert. Auf dem Mädchenklo. Aber das ist nicht der Grund dafür. Der Grund dafür ist, ihr enttäuscht eure Mütter. Glaubt mir, Leute. Kein Stoff der Welt kann Mutterliebe ersetzen. Euer Hass gegen mich ist alles bloß eine Halluzination und resultiert dann in Selbsthass, der im Drogenrausch gegen mich gerichtet wird. Aber das liegt an euch, weil ihr Drogen braucht, um glücklich zu sein. Aber lasst mich euch doch helfen, meine Freunde. Schreibt mir eine Nachricht, bevor ihr das nächste Mal Stoff von der Flexbrücke holen müsst. Oder ihr aus der Hardstyle-Szene austreten wollt. Lieber ein 31er als ein 23er. Free Party für Free People. Ihr wollt doch nicht im Baus sitzen, meine Freunde. Ich bin echt Stinkhaas auf euch. Wenn der Drogenrausch lässt nach jetzt. Wartet kurz mal, denn ich brauche noch mehr Leid. Gebt mir ein bisschen. Ich kann gar nicht so viele Drogen nehmen, wie ich Hass gegen euch verspüre. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ihr euch beim Skanken die Knöchel wehtut. Oder an einer Überdosis von Marihuana aus dem Leben scheidet. Wollt ihr von Patrick Schelle kassieren? Wollt ihr das wirklich? Patrick, los auf sie! Setz deine Halluzinationen an, Patrick. Hier hast du noch ein bisschen Stoff, Brudi. Ich habe das feinste Granscher für dich um 15 Euro. Freundschaftspreis. Also dann, Leute. Ich will jetzt nicht mehr streiten. Denn die Drogen entfachen langsam ihre Wirkung. Chilt jetzt. Chilt jetzt endlich. Fangt an zu chillen, endlich, habe ich gesagt. Ich will euch so lange stressen, bis ihr endlich zu chillen anfängt. Chilt jetzt. Sonst werden über Facebook wieder Morddrohungen versendet. Und 23er werden plötzlich ängstlich. Und vermasseln ihren nächsten Kubsschluss endlich. Wenn sie alten Frauen die Tasche abziehen wollen. Zack, so einfach geht's. Macht die Welt zu einem besseren Ort. Egal jetzt, ob Hardstyle, Techno oder Up-Tempo. Für mich ist das alles dasselbe. Könnt ihr bitte mal die Boxen leiser drehen? Von eurer Musik kriege ich Ohrenweh. Also lasst euch das eine Lehre sein, endlich. Lasst diesen Jochanan Haslinger endlich in Ruhe. Er ist einer von den Guten.